Die Sauen, Namun, haben mich schon wieder beschissen. Alter! Das geht überhaupt nie. Hier musst du das Lenkrad festhalten. Wir fahren jetzt direkt ins Niederschlagsfeld rein. Extremer Sturm hier draußen. Jetzt geht es los. Das sieht so aus, als ob der kleinkernige Hade mit dabei ist. Au! Au! Scheiße! Das ist Hagelis, gesetzungsweise 1,5 cm Größe. Ich sehe die Fahrbahn kaum noch. Das haut rein, ey. Die Leute melden bestimmt, ich bin total perfekt. Das ist das Faszinierende. Meine Seiden will noch schaffen das gar nicht. Ich sehe die Fahrbahn ganz gut. Ich spüre die Fahrbahn kaum noch gut. Ich spüre das da in der Mitte. Das schaubst du für die Warda in der Mitte. Ich kann gar nicht so schnell formen, das schüttelt so sehr. Jetzt kommt wieder Hagel mit dabei. Hagelschlag. Jetzt kommt wieder Hagel. Oh! Jetzt lässt es nach. Heimatland.